Schönen Tag, Mann. Es ist ein Super am Herd. Ich hab beim Stahnen schon was gegessen. Hau mich nur, für was ich dann koche. Was wollen Sie von mir? Warum? Nein, Mann, warum ausgerechnet ich? Sag mir, was ich tun soll. Vergib mir. Töte alle die Formen von der Löse und von dem Bösen. Lass mich nicht allein. Lass mich bitte noch nicht kommen. Lass ihn bitte noch nicht kommen. Lass mich bitte endlich sterben. Lass mich bitte alle in Frieden. Das hat er da alles am Telefon erzählt. Du wirst gleich reden. Deine Blumen kissen sich von allein. Hast du der Gabi irgendwas gesagt? Warum hätt ihr was sagen sollen? Anathabee, wa? Ihr Frau hab ich vorhin getroffen und hab sie gefragt, ob ich sie vielleicht wohin mitnehmen soll. Aber sie hat gesagt, nein, ich geh lieber zu Fuß. Vielleicht sollten Sie dann lieber um Ihren eigenen Scheißdruck kümmern. Habi, kannst du mir bitte erklären, was du da machst? Ich hab mich nur gewaschen, sonst nix. Das bist doch nicht du. Wer bin ich dann? Frag einmal deine Frau, mit wem sie telefoniert die ganze Nacht. Kenia. Es ist Gott. Aber immer nix angefangen mit ihm, sondern er mit mir. Gott liebt sie und er möchte, dass sie das wissen. Herrgott, verfluchtest du! Herrgott, verfluchtest du! Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017